Die Zwickauer Kunstsammlungen bieten am Sonntag eine öffentliche Führung durch die aktuelle Sonderausstellung an. Darin werden Stillleben des Malers Karl Schuch und zeitgenössischer Fotografen gezeigt. Dieses Kunstgenre ist einfach nicht tot zu kriegen. Seit Jahrhunderten faszinieren Stillleben die Menschen. Ein Meister dieser Gattung war der österreichische Maler Karl Schuch. Doch auch in der heutigen Zeit hat das klassische Stillleben durchaus seine Daseinsberechtigung. Den Kunstsammlungen ist es gelungen, beides in einer Ausstellung zu zeigen. Das ist eine ganz interessante Zusammenstellung. Karl Schuch ist ein Künstler des späten 19. Jahrhunderts, der an dem Stillleben auch seine modernere Malweise probiert hat und experimentiert hat mit diesem alten Thema, das ja seit dem Barock eine Blüte erfahren hat. Und man glaubt es gar nicht, dass zeitgenössische Fotokünstler auch sich dieser Gattung noch widmen. Und das ist gerade der Reiz, aktuelle Fotografie zum Thema Stillleben mit dieser schönen, sinnlichen Malerei des späten 19. Jahrhunderts zu konfrontieren. Dazu wird am Sonntag eine Sonderführung in den Kunstsammlungen angeboten. Beginn ist 15 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Euro. Kay Ray kommt nach Zwickau und das mit seiner Show, nämlich in den alten Gasometer. Am Donnerstag um 20 Uhr kommt der Mann, der glaubt, dass nicht jeder, der einen Bombensack hat, ein Terrorist ist, zu uns in die Stadt. Erleben Sie das frechste Aphrodisiakum des Erdballs. Karten dafür sind noch erhältlich. Sardinien, Trauminsel im Mittelmeer, ist am Freitag das Thema des nächsten Dia-Vortrages im Rahmen der Blickwinkel-Reihe. Der beginnt um 20 Uhr im neusanierten Hörsaal 1 der Westsächsischen Hochschule Zwickau auf dem Scheffelberg. Holger Fritsche erobert in seinem neuen Vortrag Sardinien auf seine ganz eigene, unverwechselbare Art und Weise. Mit dem Auto zu Fuß, mit dem Kajak, mit Flossen, einem sehr kleinen Ultraleichtflugzeug und natürlich jeder Menge Reiselust.